Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen DASLIGHT DVC4 Video und es gibt sicher ganz ganz viele Dyschockeys unter euch, die sich auch immer fragen, wie kann ich ein vernünftiges Lichtsatz Setup machen und wie könnte man das irgendwie in DASLIGHT DVC4 umsetzen. Deswegen mache ich dieses Video, wo ich euch mal erklären werde, was so sinnvoll ist, was man vielleicht machen könnte, was aus meiner eigenen Erfahrung auch immer ganz gut funktioniert von der Programmierung her und wie man das sinnvoll in DASLIGHT DVC4 strukturieren kann. Um euch jetzt nicht 45 Minuten lang ein Video zu präsentieren, wo ich jetzt hier jede einzelne Szene und jedes einzelne Gerät irgendwie konfiguriere, habe ich da schon mal ein bisschen was vorbereitet, sodass ihr da jetzt nicht ganz so viel sehen werdet, wie ich irgendwas konfiguriere, sondern eher möchte ich euch so ein bisschen einen Hintergrund über das Konzept geben. Dazu habe ich als erstes, wie schon gesagt, ein bisschen was angelegt. In der Regel ist es ja so, meistens hat Disc Jockey irgendwie zwei Moving Heads, dann so acht bis zehn Parkern, die ihr als Ambientebeleuchtung nutzt und dann vielleicht noch ein Audio Quad Phase habe ich zum Beispiel persönlich auch, der dann so ein bisschen für die Tanzfläche noch als Beleuchtung gilt und vielleicht, wenn es hochkommt, dann auch noch eine KLS oder eine Viererbar von irgendeinem anderen Hersteller. Ich habe mich jetzt mal hier bewusst für diese Konfiguration entschieden und ich würde sagen, wir gehen auch direkt schon in den Edit Mode und da sehen wir schon eine Hülle und Fülle von Szenen, die ich ein bisschen strukturiert habe. Wir können auch direkt anfangen hier mit den Gruppen, die ich hier erstellt habe. Wir haben einmal hier Ambiente Color, das heißt, das ist wirklich nur eine Festfarbe, wo ich dann unterschiedliche Farbtöne, also die Grundfarbtöne eingestellt habe. Zum Beispiel auch Ping kommt bei einer Hochzeit auch immer recht gut. Achso und insgesamt geht dieses ganze Setup eher jetzt momentan als bei einer Veranstaltung für eine Hochzeit, wie ihr schon gesehen habt und deswegen ist da so ein bisschen mehr der Fokus drauf gerichtet. Dann haben wir zum Beispiel noch so Kombinationen wie Grün und Pink oder Gelb und Blau, so ein paar schöne Sachen, die man halt im Raum gut machen kann. Da passiert aber nichts, das sind einfach nur normale Standsehen. Die habe ich auch von der Freigabe auf die Gruppe gemacht, das heißt, man kann die durch wechseln, wie man sie gerade braucht. Dann haben wir hier noch Ambiente Color Move nicht, hatten ich das Ganze immer so schön. Das sind dann halt schon Effekte, die halt vielleicht ein bisschen mehr Bewegung drin haben, so wie zum Beispiel ein Rainbow Effekt, ein Night Rider Effekt, ein Sweep oder halt auch ein Level Meter, was man ja auch bei das dann einstellen kann, so dass man sagen kann, okay, ich regele jetzt mal so ein Level Meter auf die Ambiente Beleuchtung. Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus oder für irgendwelche Anwendungen, die ihr vielleicht dann auch noch mal eher braucht. Dann haben wir hier das Ganze für die Moving Heads noch konfiguriert, also die Farbszenen für die Moving Heads. Das heißt, wir haben Rainbow, wir haben Sweep, wir haben noch zum Beispiel ein Effekt 2, wo so ein bisschen was passiert und wir haben hier drei unterschiedliche Gobos, die ich im Live-Modus erstellt habe. Das heißt, die schalten nur unterschiedliche Gobos hinzu, so dass ich dann auf der Tanzfläche, wenn ich jetzt gerade irgendwas machen will oder auf irgendwas anderes habe, kann ich dann damit Akzente setzen, indem ich unterschiedliche Gobos einsetze. Dann haben wir hier noch die Gruppe Move-MHs. Das heißt, das sind alle Szenen, die sich da beschäftigen, dass sich die Moving Heads in irgendeiner Art und Weise positionieren oder bewegen. Wir haben zum Beispiel hier so eine Linie, dann ein Kreis, Polygom oder zum Beispiel auch Spot-Tanzfläche, dass man quasi wirklich die Tanzfläche dann mit den Spots noch beleuchtet oder zum Beispiel auch Spot-Brauttisch. Was ich auch schon öfters auf Hochzeiten hatte, war zum Beispiel, dass sich das Brautpaar dann gewünscht hatte, dass dann halt nicht alle direkt zum Buffet gegangen sind, sondern wirklich der Tisch, der beleuchtet war, quasi zum Buffet gehen durfte und ich zu jedem Tisch dann einen anderen Song gespielt habe und die Leute damit auch verbunden haben. Fand ich eine ganz coole Idee und für sowas sind natürlich so Szenen wunderbar geeignet. Die müsst ihr natürlich dann aber auch, wenn ihr in der Location seid, erst konfigurieren, sodass ihr natürlich hier im Vorhinein nicht ganz so viel machen könnt. Dann natürlich hier unseren Kirmus-Effekt, den Quad-Face, den kann man immer noch ein bisschen mit ein paar Makros konfigurieren und den dir einfach hier auswählen und das so ein bisschen vernünftig strukturieren. Dann kommen wir zu den Beams. Grundsätzlich habe ich so gemacht, dass ich quasi alle Geräte ohne Beam oder ohne Dimmerkanal gepatcht habe, sodass man da auch schnell was hinkriegen kann und die hier entsprechend einstellen kann, weil wenn ich zum Beispiel noch bei dem Moving jetzt ein bisschen Variationen drin haben will, dann kann ich das noch eine extra Szene packen und die Beams auszulagern ist auf jeden Fall eine gute Geschichte und solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal überlegen. Schauen wir uns das ganze mal im Showmodus an. Da ist natürlich jetzt ganz schon viel, ganz schön viele Szenen und ich finde es persönlich ein bisschen, also es ist schon natürlich übersichtlich durch diese ganze Gruppierung, was ja auch schon ganz gut gemacht ist bei DASA DVC4, aber ich persönlich finde es halt immer noch, dass man echt viel zu viele Szenen hat und deswegen habe ich mir hier nochmal eine Gruppe Cues erstellt, wo man dann unterschiedliche Sachen machen kann, wie zum Beispiel langsame Songs, dann werden hier unterschiedliche Effekte abgespielt, zum Beispiel der Rainbow bei der Ambientebeleuchtung, dann der Rainbow FX und man muss natürlich dann auch hier immer den Beam mit anmachen, damit da was passiert und hier habt ihr auch, seht ihr schon, habe ich zum Beispiel Gobo 2 auch mal mit angehackt. Dann hier unten im Release All kann man natürlich dann alle Szenen wieder ausschalten, den Moving Head Beam lasse ich jetzt mal an, damit damit ein bisschen was passiert und dann kann man zum Beispiel hier noch Cues machen, wie zum Beispiel den Hochzeitstanz, da kann man auch noch schöne Sachen machen, zum Beispiel das Pink mit irgendwelchen tollen Gobos, da ist wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt und dann kann man auch eine Cue machen für schnelle Songs, wo dann auch ein bisschen was passiert. Hier sehen wir zum Beispiel den Knight Rider auf der Ambientebeleuchtung und dann zum Beispiel hier den Sweep bei den Moving Heads. Dann können wir hier noch so machen Standlicht, das heißt, das sind so ruhige Szenen oder wenn zum Beispiel Buffet ist, das könnt ihr euch einmal in dem Grundsetup einstellen, also wenn wirklich nur nicht viel passiert ist, wenn die Leute irgendwie essen oder wenn gerade irgendein Spiel ist oder sonst irgendwas, dann hat man natürlich hier auch eine wunderbare Einstellung mit dem Standlicht. Und wie ich ja schon sagte, das ist natürlich echt ein bisschen unübersichtlich, wenn man so viele Szenen hat und deswegen habe ich ja wie gesagt diese Cues erstellt und das Ganze kann man jetzt natürlich im Show-Modus noch ein bisschen kompakter machen, dass man sich wirklich nur diese Cues als Button erstellt und die halt natürlich dann farblich auch ein bisschen kennzeichnet. Ich habe es ja hier auch ein bisschen gemacht mit unterschiedlichen Schriftgröße oder auch Schriftfarbe und dann kann man das wirklich so machen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier einen schnellen Song, den wähle ich entsprechend an, dann läuft das hier entsprechend ab. Ich kann hier die Geschwindigkeit von den Szenen einstellen. Das finde ich ist auf jeden Fall auch noch eine gute Geschichte, weil man natürlich da dann auch entsprechend auf die Musik reagieren kann. Oder wenn ihr natürlich das über BPM gesynkt habt mit eurem Controller oder mit eurem DJ-Programm, dann braucht ihr diesen Fader natürlich nicht. Hier unten habe ich mir noch Buttons gebastelt wie Release All, dass man quasi alles ausstellen kann und hier entsprechend auch die Beams anmachen kann, dass man das alles wunderbar über diesen Show-Modus entsprechend steuern kann. Und ich muss sagen, jetzt wirkt das Ganze auf jeden Fall nicht mehr so ganz so überfrachtet wie jetzt hier in dem Live-Modus. Und wir haben ja hier auch noch das Farbgrad, dass ich zum Beispiel noch sagen kann, ich will jetzt spontan mal ein Grün haben oder so. Da kann ich halt auf gewisse Sachen auch direkt richtig schön schnell reagieren. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, wie man so ein Licht-Setup aufbaut oder vielleicht habt ihr sogar selber schon ein Licht-Setup mit das hat gebastelt, würde ich mich freuen, wenn ihr das mal einfach auf meine Facebook-Seite posten würdet. Zockwart223, da einfach mal einen Kommentar schreiben oder einfach auf meine Pinnwand posten und da würde ich mich freuen, was ihr bisher schon so gemacht habt. Habt ihr vielleicht noch Tipps, wie man es vielleicht noch besser machen kann? Vielleicht habe ich auch irgendwas gemacht, was vielleicht total gar nicht geht. Wie gesagt, schreibt mir unten einfach einen Kommentar auf der Facebook-Seite oder einfach hier unter diesem Video. Wie immer am Ende sage ich Practice and Enjoy!